Wir sind innerhalb von zwei Jahren zum Feindbild Nummer 1 geworden. Wenn man sich das noch anschaut, die Auslöse der Proteste waren ja aus meiner Sicht Fehlentscheidungen im Bund. Dass man abschaffen wollte, die Branche überproportional belastet nach dem Urteil. Man wollte die Kfz-Steuerbefreiung komplett abschaffen und den Agrar-Diesel komplett abschaffen. Ich habe mich ja bewusst auch mal Turbominister genannt im Internet, weil ich das so als Anspruch haben wollte, dass wir es hinkriegen müssen am Beispiel LNG-Terminals 120 Tage, muss man auch mal Windrad in 120 Tagen genehmigen. Aus meiner Sicht wird der Wolf von allen Seiten extrem überbetont. Hier muss man auch zur Akzeptanz des Wolfes in Einzelfällen, eben dann, wenn er Probleme macht, ihn auch schießen, töten, entfernen. Ein Glas mit Lars. Oder besser mit mir, Lars Reckermann, dem Chefredakteur der OZ, BZ und SGA. Locker schnacken, nicht lange schneiden, ganz viel Ostfriesland. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Und heute haben wir Ministerbesuch bei uns in der Redaktion. Willkommen in Ostfriesland, Herr Mayer, Umweltminister, grünes Parteibuch. Wenn ich einmal so anfange zu überlegen, als Sie anfingen in die Politik zu gehen, Sie war ein junger Mann, ist das schwerer geworden, sich heutzutage als grüner Politiker zu outen? Naja, es war damals auch schwierig. Ich habe so mit 13, 14 bei der BUND-Jugend, haben wir so kleine Gewässer untersucht, haben wir Proteste gemacht, als unser Bürgermeister eine kleine Tropenholzbrücke machen wollte, war mein erster Sitzstreik. Ich bin dann immer zum Kastor gefahren. Also als Grüner in der Provinz, ich komme ja auch aus dem ländlichen Raum, aus einer Kleinstadt in Südniedersachsen, war es da auch nicht einfach, weil man da eher sozusagen so die ganz Alternativen... Aber komm, damals waren Sie doch so die Coolen, so die Rebellion. Und jetzt auf einmal, mir kommt das so vor, als wenn sich die Stimmung so ein bisschen gedreht hätte, so jetzt sind das die Neinsager, ihr seid ja konservativer als so alle anderen. Hat sich so, wird man alterskonservativ als Grüner? Ja, man war immer schon wertkonservativ, aber natürlich, ja, man will die Gesellschaft verändern. Und ich glaube, wir machen gerade die größte Veränderung aller Zeiten durch, indem wir die Energiewende vollziehen, weg von Öl und Gas, was man jahrhundertelang irgendwie genutzt hat. Und da sind ganz viele Veränderungen. Was haben wir bei Corona natürlich an Veränderungen gehabt? Was haben wir jetzt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine? Was man sich eigentlich nicht vorstellen konnte, dass mal wieder Krieg in Europa ist oder sowas. Also in meiner Jugend war es anders. Da war man rebellisch und hat mal irgendwie gesagt, okay, man müsste mal Cannabis legalisieren oder so. Jetzt machen wir das auch noch alles. Und von daher ist das Rebellische schon immer noch ein Stück weit da. Ja, aber man merkt natürlich, dass eine Gesellschaft momentan so am Verändern ist, was man sich sonst vielleicht vor 20 Jahren nicht vorstellen konnte. Ist das anstrengender geworden für Sie? Wir haben im Vorgespräch immer so ein bisschen, die Tonalität ist eine andere geworden. Ich glaube, man sagt nicht mehr, Mensch, Herr May, was haben Sie da gemacht? Ich glaube, man wird schon angepöbelt. In vielen Bereichen passiert das ja. Wie nehmen Sie das wahr? Sie waren ja auch mal in zwei Regierungen, jetzt Umweltminister, Landwirtschaftsminister. Ging das schnell? Also Landwirtschaftsminister in Niedersachsen ist schon schwierig, glaube ich, mit einem grünen Parteibuch. Ich weiß, da standen Sie auch im Kreuzfeuer. Ist das jetzt noch anstrengender geworden? Oder sagen Sie, naja, wir haben in vielen Bereichen den sächsischen Weg, also wir haben uns ja zusammengesetzt, wir haben eigentlich eine gute Tonalität. Oder sagen Sie, die Tonspur, die ich gerade erlebe? Na, es ist insgesamt in der Gesellschaft, da mache ich mir schon wirklich Sorgen um unsere Demokratie und die Grundwerte. Also es ist so, natürlich, ich habe früher auch Angriffe gekriegt und Demonstrationen, aber es hat sich schon deutlich verändert. Wir haben rechtsextreme Mordanschläge, wir haben die Morde an Walter Lübcke gehabt, wir haben da eine NSU, die am Morgen durchs Land gezogen ist. Und wir haben jetzt eben auch eine Partei, die so stark in den Umfragen ist und die klar offensiv sagt, ja, wir haben kein Problem damit, rechtsextrem zu sein. Wir sagen, wir wollen bestimmte Passagen unseres Grundgesetzes abschaffen, wie die Würde des Menschen, alle sind gleich. Wir wollen Leute wieder, die hier schon lange leben, eingebürgert sind, wieder abschieben, deportieren. Auch wenn die das Remigration nennen, das ist schon was ganz Neues. Und die auch einen ganz offensiven Angriff machen auf die Grundlagen unserer Demokratie. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und das eben mit realen Verhärtungen, dass man Medien nicht mehr glaubt, Politik, früher hat man hart Außerung, CDU und Grüne haben sich gezofft wie die Kesselflicker. Aber man hat dem anderen nicht abgesprochen, was ist. Und es war auch immer klar, am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Aber jetzt haben wir sozusagen Kräfte, die versuchen mit Lügen, mit Hass und Hetze gegen andere Menschen und Minderheiten und gegen Politik generell. Und das macht mir richtig Sorgen um die Gesellschaft. Weil ich sehe ja da, was in den USA passiert ist, was in Russland eben wie eine Demokratie abgebaut ist, wie das bei Erdogan ist, wie das in Polen ist. Und wir sollten in Deutschland nicht gefeilt sein und sagen, wir sind irgendwie gefällig, sondern wir müssen jeden Tag dafür kämpfen, dass man weiterhin eine Vielfalt von Meinungen hat, seine Meinungen sagen darf und dass man dann respektieren muss. Man muss nicht der gleichen Meinung sein. Und das habe ich immer mit Landwirten gelernt. Am Ende haben wir uns, glaube ich, auch sehr geschätzt, auch wenn wir nicht alle einer Meinung waren. Aber man konnte zumindest einen Sachaustausch machen und man verstand, warum sieht der andere so und der andere so. Und mittlerweile ist es ja so, dass Teile gar nicht mehr zuhören, sondern sich nur noch bei TikTok oder unsozialen Medien informieren und keine Zeitungen mehr lesen. Und das lässt einen schon sehr, sehr grübeln, wie wir die Menschen wieder so erreichen können, dass man die Kontroverse lebt, aber in einem gewissen Rahmen, den das Grundgesetz jetzt 75 Jahre alt vorgibt. Wir haben eine Ampel. Wir haben drei Parteien. Also jetzt gehen wir mal in die Bundesregierung. Hier haben wir wieder Rot-Grün im Land Niedersachsen. Komischerweise ist dieses Manko, was den Grünen anhaftet, ist so, ihr wollt mir die Welt erklären, ihr verbietet mir was. So intensiv, wie das bei den Grünen ist, schlägt das ja bei keiner Partei zu Buche, kommt mir so vor. Sagen Sie, wir müssen die Leute erziehen und wir müssen verbieten, dass sie das und das machen? Wir sind innerhalb von zwei Jahren zum Feindbild Nummer eins geworden. Aber extrem. Wenn man sich das noch anschaut, im Bundestagswahlkampf waren wir, wir waren teilweise die beliebteste Partei. Wir hatten eine Kanzlerkandidatin, der auch viele das tut trauten, die teilweise vor einem Herrn Scholz und einem Herrn Laschet lagen. Und jetzt ist angefangen von einer Kampagne um ein Gesetz, was gar kein Heizgesetzverbot war, sondern eigentlich ein Gesetz war, um zu ermöglichen, dass wir mehr erneuerbare Wärme auch in Gebäuden haben, ist sozusagen eine Kampagne losgelegt worden, mit ganz, ganz vielen Fake News. Natürlich auch gesteuert von rechten Kreisen, das muss man so sagen, auch gesteuert von Russland, die destabilisieren wollen. Und die Grünen sind das neue Feindbild. Also ich lese jetzt ständig, ich will Fleisch verbieten, ich will Erdbeeren verbieten, ich will alles Mögliche verbieten. Es gibt aber nie irgendwo einen Beleg. Also wir Grünen wollen kein Fleisch verbieten, trotzdem behaupten das alle, dass das Cem Özdemir vorhat. Oder Robert Habeck dreht die Heizung aus oder die Lichter gehen aus, wenn die Atomkraftwerke aus sind. Weder gab es diese Blackouts noch bestand diese Gefahr. Und trotzdem wird man momentan für alle Versäumnisse von 16 Jahren Merkel, werden Grüne verantwortlich gemacht. Das kann sich aber auch schnell wieder drehen. Aber was ein Fake News und Verhetzungspotenzial angeht, macht mir das schon Sorge, wie sich eine Stimmung, weil es ist der gleiche Robert Habeck, der im Bundestagswahlkampf der beliebteste Politiker war, der gesagt, der pragmatisch vorgegeben hat. Vor anderthalb Jahren wurde er bejubelt, als wir den Winter hatten und er Gas in Rekordzeit geholt hat und wir zwei warme Winter jetzt hatten mit vollen Speichern. Die waren alle leer, als wir ins Amt hineinkamen. Und jetzt sind die alle voll und man hätte bei anderen Regierungen die mit einer Senfte durch die Gegend getragen. Wir haben einen Ausbau der Erneuerbaren, wir erreichen die Klimaziele gerade, wir sind auf Fahrt. Wir haben es geschafft, diese großen Krisen zu bewältigen. Und trotzdem nehme ich wahr, dass in den Internetmedien ein ganz, ganz anderes Bild gerade über Grüne vorgeht und auch was an Behauptungen aufgestellt wird. Und da mache ich mir schon Sorgen, warum wir es nicht geschafft haben, die Medienwelt und die Wahrnehmung doch ein bisschen anders zu gestalten. Als es Privatfernsehen aufkam, haben wir lange diskutiert, wie müssen da eine Meinungsvielfalt dargestellt werden. Aber wir haben im Internet des Rechten und Trollen überlassen, uns zu manipulieren. Und da muss ich auch Politik und Demokratie gegen wehren und die seriösen Medien deutlich mehr stärken. Aber trotzdem, Sie haben es ja schon gesagt, hängt das Manko den Grünen an. Jetzt sind Sie Umweltminister. Wir werden natürlich auch über das Thema Wolf zum Beispiel sprechen. Da gab es mal eine klare Richtlinie. Jetzt hat man festgestellt, hier fällt uns doch einiges auf die Füße. Wir haben jetzt eine Regelung. Wir dürfen entnehmen, wie das heißt. Warum hauen wir eigentlich immer dann solche Vokabeln raus? Entnehmen. Da wird ein Wolf erschossen. Aber wir sagen es irgendwie so nicht so. Dieser Politik-Sprech, ist das nicht auch etwas, wo die Leute glauben, Leute, sprech doch meine Sprache? Also auf Ihrem Ministerium auf der Seite gibt es einen Reiter eine einfache Sprache, wo mir etwas einfach erklärt wird. Aber wir sind immer der Wolf-Entnahme. Wieso ist Politik so? Sagen Sie auch Wolf-Entnahme oder sagen Sie, oder dürften Sie gar nicht sagen, jetzt auch hier bei uns im Podcast und im Video, wir erschießen einen Wolf, weil dann irgendeine justiziable Grundlage gezogen wird. Nein, ich glaube, wir müssen schon uns klarer ausdrücken. Das stimmt. Politik ist oft viel zu kompliziert und wir sind zu umständlich in Schachtel setzen, sondern wir müssen uns da, Energiewende ist gut. Und natürlich wird ein Wolf dann geschossen. Ja, genau. Der wird dann mit einem Gewehr geschossen. Und Entnahme ist natürlich ein sehr komisches Punkt, weil er ist dann tot. Und ich glaube, dass wir da uns auch ehrlich machen müssen und das nicht verschwurbeln müssen. Aber eben wird auch nicht wieder ausgerottet, sondern zum Beispiel da versucht man einen Mittelweg. Da sagen alle, es ist der Schwerste, den man irgendwie nur haben kann. Weil es gibt die einen, die ganz extrem sind, den Wolf wieder ausrotten. Und die anderen, für die anderen ist der quasi heilig und man darf den nie töten. Dabei werden Rehe, Hirsche auch getötet und Wildschweine. Und schon allein dieser Vergleich wird dann gleich wieder herangezogen. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch in der Frage zum Beispiel der Mittelweg der richtige ist. Es gab mal eine Umfrage, repräsentativ. 25 Prozent waren dafür, Wölfe generell zu bejagen. 24 Prozent waren generell dagegen. Und 50 Prozent sagten im Einzelfall, wenn er Probleme macht. Also ich fühle mich bei der Mehrheit von 75 Prozent, die das mal jeweils ist, da eigentlich wohl. Aber natürlich ist in der öffentlichen Wahrnehmung sind die beiden Extreme da, weil die gehen auf die Straße. Die einen, die die Wölfe hassen und die anderen, die die Wölfe lieben. Und da ist es schwierig, mit so einem Mittelweg nach vorn zu gehen. Aber wir müssen auf jeden Fall klarer werden und sagen, die Energiewende bringt so viele Chancen und Arbeitsplätze. Windräder sind was Geiles. Wenn ich die am Horizont, wenn ich die in Ostfriesland sehe, das sind nicht nur freie Symbole, sondern es sind auch Symbole, wie wir mit erneuerbaren Energien günstige Strompreise kriegen. Aber auch da müssen Sie natürlich jetzt auch als Minister in der Verantwortung immer den Mittelweg finden. Also es gibt genauso viele, ich glaube, wir haben über 1300 Bürgerinitiativen gegen Windräder bundesweit. Und auch hier in Ostfriesland haben wir durchaus Leute, die sagen, ihr macht mir die Landschaft kaputt, Infraschall wird gar nicht berücksichtigt. Und mit Naturschutz hat das auch wenig zu tun. Und Sie müssen ja immer einer Seite eigentlich immer einen vor den Koffer knallen, indem Sie sagen, nee, wir machen jetzt aber doch erneuerbare Energien. Ich muss noch einmal zurückkommen zum Wolf. Als Minister haben Sie ja eine Entscheidung getroffen. Wenn Sie jetzt Privatmann wären, wären Sie auch dafür, dass der Wolf erschossen wird oder entnommen wird? Oder hätten Sie da gesagt, nee, wir müssten andere Wege finden? Die Aufgabe, die Sie ja haben, ist es immer einen Mittelweg zu finden, die Diplomatie zu finden. Nee, ich bin Naturschützer und Artenschützer. Ich weiß aber auch, der Wolf ist nicht die wichtigste Tierart des Artenschutzes. Es ist jetzt nicht so, dass der Wolf hier kurz vom Aussterben bedroht ist weltweit. Und es gibt viele, viele andere Tierarten, die nicht so spannend sind, aber viel, viel bedrohter sind. Seltene Vogelarten und so weiter, um die man sich viel mehr Sorgen macht, weil es einfach eine Vielfalt an Lebensgrundlagen, die man hat. Also aus meiner Sicht wird der Wolf von allen Seiten extrem überbetont. Also bei mir gibt es Luchse. Wenn die mal ein Schaf reißen, steht das in der Zeitung. Aber es gibt keinen Protest. Mich hat, glaube ich, letztes Mal einer aus Ihrer Region, ein Journalist, gefragt, warum ist es eigentlich bei den Hühnern? Da kommt er auch ständig, da habe ich den Weg und da fordert aber keiner Entschädigung oder so. Oder der Fuchs, der in den Hühnerstall eindringt und auch nicht tiergerecht tötet. Aber der Wolf ist ein, kann man historisch irgendwie sagen, durch die ganze Debatte und auch Grimms Märchen, ist er natürlich besonders emotional belastet, was rational nicht mehr nachvollziehbar ist. Und von daher, aber ich wäre auch sonst immer als Artenschützer gewesen, ich weiß, wenn eine Art nicht mehr bedroht ist. Und hier muss man auch zur Akzeptanz des Wolfes in Einzelfällen eben dann, wenn er Probleme macht, ihn auch schießen, töten, entfernen. Aber eben trotzdem bleibt die Art da und auch in Niedersachsen wird es weiter Wolfölfe geben. Sie sind jetzt in Ostfriesland, eine ganz stolze Region. Ein anderes Thema ist natürlich Energie. Also als Umweltminister vereinen Sie ja eigentlich die wichtigsten Points, die man hier hat. Küstenschutz, Klima ist super wichtig. Wir saufen sonst ab, so brutal muss man das sagen. Der Wolf, komischerweise, also man erwartet ihn ja laut Grimms Märchen in voll bewaldeten Gegenden. Nein, er ist hier in ziemlicher großer Zahl dabei. Dann haben wir die Energiekrise und wir können auf einmal, sieht man Politikern auch schnell, NNG, Terminals, wir haben die. Das ist doch, unter uns, wir sind ja privat, ist doch die dreckigste Energie, die es gibt, die hier anstrandet. Drehen Sie da nicht manchmal und sagen, naja, wir brauchen halt eine Sicherheit, aber eigentlich will man so ein Zeug doch gar nicht vor der Tür haben, oder? Nein, das überhaupt nicht, weil wir ersetzen damit ja, und das war auch dreckig, das dreckige Gas aus Russland, die auch gefreckt haben in großen Teilen und dort Leckagen hatten ohne Ende. Und wir benutzen ja wirklich weniger Gas und deshalb ist das für eine Übergangszeit notwendig. Aber auch gleichzeitig machen wir das immer gleich für die grünen Energien. Und wir haben es geschafft jetzt, ich bin jetzt ein Jahr im Amt, wir haben letztes Jahr zum ersten Mal mehr erneuerbare Energien in ganz Niedersachsen erzeugt, wie wir verbraucht haben. Also wir haben mehr Energie, wir haben eine Rekordzahl an Windrädern, an Turbos und da bin ich vielleicht auch ein bisschen einseitig. Also Windräder werden jetzt gebaut, weil die sind besser als alles andere, denn wir haben die Klimakrise. Wir wissen das hier, was der Meeresspiegel steigt. Wir bauen alle unsere Deiche, das wird eine Mammutaufgabe sein an Kosten, alle ein Meter bis zwei Meter höher, weil wir bis zum Jahrhundert, wenn wir mindestens ein Meter haben und wenn wir das 1,52 Grad Ziel einhalten, können wir ein weiteres vermeiden, dass auch noch die Antarktis abschmilzt nach der Arktis. Und was wir an den Inseln an Schäden haben, wissen wir auch immer durch die Sturmfluten, die ja sozusagen Wellenbrecher sind. Und ich glaube, deshalb ist in Niedersachsen eine große, und wir wissen, was wir an Dürren haben, was wir an Veränderungen in der Landwirtschaft haben. Wir haben jetzt schon 1,7 Grad Erwärmung. Wir haben in anderen Landesteilen Wasserknappheit mittlerweile im Sommer, wo Kommunen Wasserversorgung einschränken. Und von da ist die Klimakrise da. Und deshalb ist es richtig, und da ist Ostfriesland natürlich die Kernregion der Energiewende mit den meisten Windrädern bundesweit. Auch bei Solar seid ihr mittlerweile im sehr guten Aufholen. Das ist nicht eine Leistung der Politik, sondern die Leute haben sich letztes Jahr ohne Förderung 120 Prozent mehr Solaranlagen in Niedersachsen auf die Dächer gepackt, auch um unabhängig zu werden. Und haben da ein bisschen rumgebastelt mit Balkonkraftwerken, mit Steckersolaranlagen. Und das ist auch gut so. Und jetzt werden wir bei Wasserstoff, bei Biogas, waren wir auch schon immer hier in der Landwirtschaft vorne, der ländlichen Raum. Gerade diese Region wird massiv profitieren, weil wir sind die erneuerbaren Überschussregionen in Deutschland. Wir brauchen die Stromleitung von Emden. Habe ich letztes Jahr auch mit einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zusammen mit Robert Tabeck haben wir eine Stromleitung von Emden ins Ruhrgebiet, zwei Gigawatt. Wir werden auf See viele Windenergie machen, aber wir wollen eben nicht mehr die fossilen. Und auch nicht eine Gasförderung vor Borkum, sondern die Alternative sind Windräder da auf der See. Und deshalb kann ich gut das mit meinem Gewissen vereinbaren, dass wir übrigens Gas haben, weil wir damit nicht mehr fördern weltweit, sondern wir wollen möglichst viel Gas und Öl in der Erde lassen, um die Klimaziele zu erreichen. Ich habe auch gerade rausgehört, Fracking kommt für Sie hier bei uns nicht in Frage. Man wartet jetzt, Den Haag ist noch dabei, was passiert vor Borkum? Große Aufregung ist ja auch eine Insel. Borkumer Zeitung, liebe Grüße an Florian, das ist unser Inselreporter, der da ist. Da beobachtet man das ganz genau und sagt natürlich, wie steht denn unser Umweltminister dazu? Also Fracking lehnen wir ganz klar ab. Auch unser Ministerpräsident hat ja damals, als Herr Söder, glaube ich, im Wahlkampf mal gefordert hat, zur Landtagswahl, die sollen nochmal in Norden fröcken. Das ist immer so ähnlich, wie er immer Atomkraft fordert, aber immer gleichzeitig sein Land als Atomentlage ausschließt. Das ist immer sehr glaubwürdig, wenn man sagt, die oben, die im Norden, die Fischköpfe sollen doch da fräcken. Nein, wir wollen nicht fräcken und wir wollen, dass es in der Erde bleibt. Wir wollen die Klimaziele erreichen und deshalb werden wir nicht unser weniges Öl und Gas, was wir dann noch haben, mit Fracking erzeugen, sondern wir wollen so schnell wie möglich raus, weil die erhöhen die Klimakrise. Wir stehen kurz vor den Kipppunkten. Der Nordatlantik war noch nie so warm wie bisher. Das hört sich alles so harmlos an. Aber was das auch im Wattenmeer, unseren Weltnaturerbe an Veränderungen auslöst, diese beschleunigte Erwärmung, die wir zurzeit haben, das ist enorm. Und was das auch für Milliarden Schäden, also man kann sich jetzt mal ausrechnen, 610 Kilometer Deichlinie haben wir in Niedersachsen, alle 1 Meter, 1,50 Meter höher, was das an Kosten, an Material braucht. Da sind ein paar Investitionen in Wasserstoff, in Klimaschutz, in erneuerbare Energien, die wir hier ausbauen. Die Speicher, die wir hier haben, da komme ich ja gerade heute her, wo wir die Leitung für die, ja noch Gas und in Zukunft Wasserstoffspeicher haben, damit werden wir die erste klimaneutrale Region sein. Das haben wir mit dem Klimagesetz, das ist auch das Vorbildlichste aller Bundesländer, dass wir 2040 klimaneutral sein wollen. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass wir das in Niedersachsen auch schaffen, weil die Leute wollen mehr Erneuerbare, wollen auch diesen Umstieg, wollen die Wärmewende und lassen sich da nicht irgendwie verunsichern. Und gerade hier die Region war immer schon ein bisschen Vorreiter, auch gerade in der Landwirtschaft. Nirgendwo gibt es so viele Solaranlagen wie auf landwirtschaftlichen Gebäuden. Und nicht, weil es alles Grünwähler sind, sondern weil sie gemerkt haben, dass man damit unabhängig wird. Und das sind die Chancen. Und wir sind in Niedersachsen zwar nicht immer, wir sind immer ein bisschen bescheiden und prahlen nicht so rum. Bayern prahlt rum, wenn sie sechs Windräder genehmigt haben, dass das irgendwie Rekordzahl wäre. Wir haben letztes Jahr 136 angeschlossen und 200 genehmigt. Mehr als fast alle anderen Bundesländer. Und die werden in Zukunft auch mehr Wertschöpfung haben. Und wir haben ja hier die Arbeitsplätze auch in der Region. Sie haben vorhin auch das Thema Landwirtschaft gesagt. Jetzt gibt es hier den niedersächsischen Weg. Also für alle, ich verkürze das mal. Man hat sich im Vorfeld schon mal an einen Tisch gesetzt und hat gesagt, wie wollen wir die Artenvielfalt in der Landwirtschaft sichern? Wo gibt es finanzielle Unterstützung? Und trotzdem kam es mir natürlich als Lokalreporter so vor, als wenn hier schon massiv auch demonstriert wurde. Also seit dem 8. Januar war hier kräftig was los. Ich glaube, ich würde mal fast wetten, sie hatten auch wenige Veranstaltungen. Wenn man weiß, Maya kommt, steht meistens schon irgendwo ein Trecker bereit, weil man sie natürlich auch nicht stellen möchte und mit ihnen diskutieren möchte. Jetzt gab es den niedersächsischen Weg. Wir sind viel entgegengekommen. Und trotzdem kippte das am 8. Januar und irgendwie war man wieder drin und sagte, nee, Berlin oder Hannover, die wollen uns alle nur was Böses tun. War denn jetzt Berlin der Buhmann oder war? Weil ich höre dann oft in Gesprächen, wenn wir mit den Landwirtschaftsfunktionären sprechen, wir haben den niedersächsischen Weg. Der scheint ja bei den Landwirten aber nicht so richtig angekommen zu sein. Oder man sagt, nee, wir haben es ja den niedersächsischen Weg. Agrardiesel ist aber eine Berliner Nummer und das wollen wir nicht mehr haben. Die Auslöse der Proteste waren ja aus meiner Sicht Fehlentscheidungen im Bund, dass man abschaffen wollte, die Branche überproportional belastet nach dem Urteil. Man wollte die Kfz-Steuerbefreiung komplett abschaffen und den Agrardiesel komplett abschaffen. Und wir in Niedersachsen sind wegen diesem Weg einen anderen Weg gegangen, haben ja uns der Ministerpräsident, die Agrarministerin, wir haben ja sofort eine Vereinbarung mit allen landwirtschaftlichen Verbänden, vom Landvolk bis Landschaftsverbindung und der ABL, dem BDM gemacht, wo wir uns klar positioniert haben gegen diese Auseinandersetzung und aber auch klar für friedliche Proteste. Und bis auf wenige Ausnahmen ist das auch in Niedersachsen sehr gut gelaufen aus meiner Sicht. Und wir haben ja auch einen Erfolg gehabt, weil es auch eine rot-grüne Regierung gab, die natürlich einen Einfluss in Berlin hat, ist die Kfz-Steuerbefreiung komplett beibehalten. Beim Agrar gibt es einen langeren Ausstiegspfad, der reicht uns noch nicht. Und wir reden jetzt vor allem über das eigentliche Problem der Landwirtschaft, nämlich die Frage der Perspektive, die Planungssicherheit, die wir schon immer wollten. Damals als Agrarminister hatte ich damals mit dem Landvolk, sozusagen hatten wir die Vorstöße gemacht, mach doch einen bundesweiten Agrarkonsens mit klarer Planung. Ja, mehr Tierschutz, mehr Umweltschutz, das, was wir als Niedersachsen Weg haben, aber es muss auch finanziert werden. Das ist das, was Borchardt-Kommission, Zukunftskommission, das waren Kommissionen der letzten Bundesregierung, wo sich Landwirte mit Umweltverbänden auf was geeinigt haben. Ja klar, am Ende mussten wir auch dafür zahlen, was wir in Niedersachsen auch gemacht haben. Und wir finanzieren eben mit dem niedersächsischen Weg jetzt vorbildlich Naturschutzgesetze, Gewässer, Randstreifen, was früher große Proteste ausgelöst hat. Und die Bauern sagen jetzt, eigentlich wäre es gut, wenn auf Bundesebene auch ein, so wie ein niedersächsischer Weg ist, dass man sich gemeinsam einen Tisch setzt. Denn der Fehler war ja, dass man im Bund nicht so richtig miteinander vorher geredet hat, sondern einfach mal Sparbeschlüsse vor den Kopf gehauen hat. Und deshalb kann ich das natürlich verstehen, dass das in Niedersachsen aus meiner Sicht deutlich besser läuft. Wir treffen uns alle paar Wochen, wenn dort Landvolk, Landwirtschaftskammer, BUND und NABU-Spitze sehen und der Politik dann Vorschläge machen, wie wir hier die Gewässerrandstreifen, wie wir das Grünland erneuern. Und wir setzen das dann auch immer in Gesetzen im Landtag um und halten da Wort und finanzieren das eben auch auskömmlich, was bestimmte Fördermaßnahmen angeht, wie der Erschwernisausgleich für die Gewässerrandstreifen, die ja in der Region hier eine hohe Bedeutung haben. Sie haben gerade gesagt, Sie waren ja schon Landwirtschaftsminister. Geben Sie uns mal ein bisschen so Insights. Ich habe nicht verstanden, warum Sie, also das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium ist ja schon eng beieinander, also auch viele Verknüpfungspunkte. Aber mal ganz blöde gesagt, und jetzt nehme ich mal die Rolle des Bürgers ein, da war einer, der war ja schon Experte, der weiß auch, wo zur Not, wo das Herrenklo ist im Landwirtschaftsministerium, jetzt wechselt er ins Umweltministerium. Wie stelle ich mir das so vor? Haben Sie denn gesagt, Leute, ich war aber schon mal Landwirtschaftsminister, nehmt mich doch wieder, oder kommt dann die Politik und dann muss man halt gucken, wer kriegt dieses Amt, wer kriegt dieses Amt? Ich war ja zur letzten Landtagswahl einer von zwei Spitzenkandidaten zusammen mit Julia WD Hamburg zur Wahl und ich hatte auch da klar gesagt, ich will vor allem jetzt Umwelt, Klima, Energie machen. Weil ich war Landwirtschaftsminister, ich glaube auch ganz gut, aber man muss ja nicht immer wieder dasselbe machen, weil man sich natürlich fragt, bei jeder Maßnahme würde ich mich dann immer fragen, warum hast du das nicht das letzte Mal schon gemacht? Das habe ich auch bewusst das gemacht, was eigentlich Minister machen sollten, wenn sie aufhören, wenn sie nicht mehr in dem, nicht in dem gleichen Bereich. Ich habe in der letzten Wahlperiode nicht Landwirtschaftspolitik gemacht, sondern es hat Miriam Staute gemacht und die macht jetzt einen tollen Job als Agrarministerin, die kommt daher und hat das. Und ich mache jetzt was Neues, was natürlich schon immer eine Affinität hatte, dass sie jetzt Umwelt, Klima, Energie machen, großes Ressort, weil wir eben auch die gesamte Energiepolitik haben, jetzt die ganze Klimaschutzstrategie, wo man auch viel in der Wirtschaft dann macht, wo man die Erneuerbaren voranbringt, aber natürlich auch die ganzen Fragen Naturschutz hat. Und wir haben eben das niedersächsisch einzigartige, jetzt sitzen da zwei grüne Minister, Agrar und Umwelt, die mit Landwirtschaft und Umweltverbänden da einen Weg gehen müssen, um das zu erhalten, was hier unsere Lebensgrundlagen sind. Und mich hat das immer schon gereizt. Ich komme aus Umweltverbänden, aus dem Naturschutz. Ich habe mich als Landwirtschaftsminister sehr wohl gefühlt, auch gerade in den Debatten, weil man auch schon weiß, mit Landwirten kann man ernst reden. Die sagen einem ja auch direkt die Meinung. Und die haben aber auch schon vorher gekriegt. Bei anderen trifft man eher Leute, manchmal trifft man in der Wirtschaft, die sagen eigentlich immer das, was sie denken, sondern wollen eben ihre Lobbyarbeit da bringen. Und bei Landwirten weiß ich eigentlich immer, also wenn sie einen irgendwann mal loben, dann ist es auch ernst gemeint, weil das ist so selten oft. Also dass das dann schon eher etwas ist und die sagen einem sofort die Kritik frei raus. Und das mag ich eigentlich so, das direkte Ansprechen beieinander. Und auch wenn man am Ende nicht einer Meinung ist, ist es wichtig, dass man sich zugehört hat. Und am Ende gibt es, glaube ich, dann schon noch eine Form von Respekt. Weil es ist nicht so, dass wenn ich überall rumkomme, dass dann überall Demonstrationen sind, sondern eigentlich gesagt wird, was kann man als Minister eigentlich noch in der, ich nenne das jetzt mal, ich sage mal eine kurze Zeit machen. Wenn ich denke, die Friesenbrücke 2015 ist das Schiff davor geknallt. Wir haben sie immer noch nicht. Jetzt werden sie ja auch für eine gewisse Zeit nur gewählt. Früher hatte man den Klassiker, der war, ich sage das immer, ich bin die Generation, Genscher war immer Außenminister und Kohl war eigentlich immer Kanzler. Also man konnte etwas länger seine Politik machen. Sorgt man sich nicht so nach dem Motto, ah, wenn es jetzt bei der nächsten Wahl nicht gut läuft, dann wird das und das und das gekappt. Was mache ich hier eigentlich? Also wo bleibt der lange Weg? Machen Sie sich da einen Kopf? Also der Gestaltungsspielraum ist ja zeitlich begrenzt. Das ist genau, das ist eine Demokratie. Und das ist sozusagen auch der, der, also ich habe mit Opposition angefangen, fünf Jahre, damals noch gegen Wulff. So lange ist man schon in der Politik. Dann war man in der Regierung mit einem Stimmenwärter, da war ich Agrarminister im ersten Kabinett. Weil dann war ich wieder fünf Jahre Opposition gegen eine große Koalition, wo man sich jeden Tag geärgert hat. Man kann jetzt über die Ursachen damals Elke-Twesten und Rückgänge und so weiter reden. Aber ich weiß, das kennen eigentlich beide Seiten. Jetzt bin ich wieder in einer Region mit einer komfortableren Rot-Grün-Mehrheit, aber in schwierigeren finanziellen, wirtschaftlichen Zeiten. Und für mich ist das immer so ein Antrieb, weil ich weiß natürlich nicht, was in drei Jahren ist. Und man kann es auch nicht alleine beeinflussen, weil man muss auch so ehrlich sein, es gibt immer ganz viele Bundestrends. Man kann sich noch so sehr auf Landesebene anstrengen. Für mich ist das die Motivation. So war ich übrigens auch als Agrarminister. Ich habe damals gedacht, die fünf Jahre sind deine intensivsten deines Lebens. Da kannst du mal was gestalten. Und ich möchte nicht mit 60, 70 dann rumsitzen und sagen, und dann sozusagen so wie ein altkluger, dann hättest du mal damals das noch gemacht. Sondern man motiviert sich jeden Tag von morgens bis abends, das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat. Und hier ist es eben so, jeden Tag jetzt für die Lebensgrundlagen, Klimaschutz, Energiewende zu streiten und immer zu sagen, ach, kann man das nicht noch leichter machen, kann man nicht noch ein Gesetz machen, kann man nicht noch mehr es hinkriegen, dass wir schneller sind. Ich habe mich ja bewusst auch mal Turbominister genannt im Internet, weil ich das so als Anspruch haben wollte, dass wir es hinkriegen müssen. Am Beispiel LNG-Terminals, 120 Tage muss man auch mal Windrad in 120 Tagen genehmigen. Ich höre jetzt von den Kommunen, wir sind leider bei 134 Tagen im Schnitt. Also wir sind schon auf solchen Wegen. Aber das ist das, was mich von morgens bis abends natürlich auch motiviert. Weil ich weiß, auch das ist jetzt, kein Mensch weiß, ob das der Höhepunkt ist, ob man wieder gewählt wird. Aber ich will auf jeden Fall jeden Tag irgendwie mit gutem Gewissen irgendwie in den Spiegel schauen können, dass ich mich für das einsetze, für das ich mal gewählt worden bin und für das ich mich auch einsetze und auch kein Blatt vor den Mund nehme, wenn es um Fragen der Gasförderung, Verborkung gibt. Ja, da gibt es wahrscheinlich Dissense. Ich halte es für falsch, auch aus Klimaschutzgründen dazu fördern. Am Ende entscheiden Behörden und Gerichte, wie es im Rechtsstaat ist. Aber genauso wie ich die Atomlaufzeitverlängerung für falsch gehalten habe, bin ich trotzdem froh, dass man da einiges umsetzen kann und kämpfe dann eben für die Sache. Jetzt auf einmal kommt es mir einem so vor, bleiben wir in den Grünen in den 80er Jahren als die Friedenspartei aufgeworfen. Mittlerweile haben die Grünen auch ziemlich viele Waffenexperten und Munitionsexperten in den Reihen, fassen sich da nicht manchmal an den Kopf und sagen, also wir sollten viel öfter über Frieden reden. Und ich nehme das Wort absichtlich in den Mund und wir stellen auf einmal fest, dass wir Experten sind in Reichweiten, in Waffengattungen. Ich glaube, Hofrichter war das, der auf einmal jede Munitionskartusche aufzählen konnte. Wo ich dachte, wow, nicht schlecht. Sie haben auch Zivildienst gemacht, glaube ich, oder? Ja. Also für die jungen Zuhörer, damals musste man sich entscheiden, ob man zur Bundeswehr geht oder ob man Sozialdienst macht, sozusagen. Ich fand damals in einem Kindergarten der Lebenshilfe eigentlich so die Zweitkraft, wie das so war. Deshalb weiß ich auch, wie da die schlechte Bezahlung im Erzieherinnenberuf ist. Wir waren die vier Zivildienstleistenden, waren die einzigen Männer in der Einrichtung. Und jetzt überlegt man sich, ob Taurus-Marsch-Flug-Körper von Deutschen bedient werden können oder nicht. Und die Grünen sagen, hm. Ja, das sind schon sehr schwierige Debatten, die da geführt werden. Also so, weil natürlich weiß man immer, Waffen töten am Ende und Kriege sind grausam. Und man denkt schon irgendwie an die Soldaten da von verschiedenen Seiten und auch die Zivilisten, die natürlich massiv darunter leiden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich an der Stelle ziemlich sicher bin, dass wenn man einen brutalen Aggressor hat, und das hat man mit Putin, ich habe da auch, ich habe damals in der Opposition, hatte ich dann die Rede gehalten damals zur Regierungserklärung zum Angriffskrieg und habe dann auch eingeräumt, dass ich es richtig finde. Und da stehe ich auch zu, dass wir Waffen liefern an die Ukraine und die Menschen dort unterstützen, weil es richtig ist. Das heißt nicht, dass man nicht mit Anstrengungen zufrieden ist, aber ich bin davon überzeugt, man kriegt eine brutale Diktatur eben nicht nur mit Gesprächen in die Knie, sondern man muss es mit Waffen machen. Man muss die Sanktionen deutlich verschärfen. Da ist, finde ich, noch viel Spielraum nach oben. Also was immer noch Wirtschaftsbeziehungen, Kooperationen angeht, bei Öl, Gas und Uran und so weiter. Also es gibt immer noch viele, viele Punkte, wo man aus meiner Sicht noch mal stärker Russland oder eben das Regime in Russland, um das es ja geht, schwächen muss. Aber gleichzeitig heißt es natürlich auch immer, dass man auch immer gesprächsbereit sein muss. Aber wir stehen hier klar an der Seite der Ukraine. Das heißt, die müssen auch entscheiden, wann Zeitpunkte für Verhandlungen und wie sind. Und man kann auf jeden Fall nicht so einen Aggressor Putin damit irgendwie belohnen, dass er da jetzt Landverschiebungen macht und die Leute dort massiv unterdrückt. Also das ist schon ein harter Prozess für einen, klar, Kriegsdienstverweigerer, der es aber eher politisch auch in den Jahrzehnten da gemacht hat. Aber das ist schon etwas, was mich ziemlich bewegt und wo man natürlich auch schaut, was passiert. Aber wo ich zum Beispiel völlig mit meinem Gewissen rein bin, wenn ich zum Beispiel die Waffenlieferung, die Deutschland immer noch nach Saudi-Arabien oder sowas macht oder verkaufe in andere Länder, da würde ich mir einen stärkeren, ablehnenden Kurs wünschen. Weil das ist natürlich etwas, eine Saudi-Arabien führt einen brutalen Krieg da im Jemen. Solche Waffengeschäfte sind aus meiner Sicht dann eher verwerflich. Aber hier an der Stelle an die Ukraine, die Ukraine zu unterstützen, finanziell, moralisch, politisch, wirtschaftlich, finde ich vollkommen richtig. Weil wir unterstützen dort eine Demokratie und Menschen, die da bewusst sich für eine Regierung da entschieden haben und eben wählen können, was man in Russland eben nicht kann. Wir gucken so ein bisschen auf die Uhr. Eine letzte Frage. Sie haben gerade Waffenlieferung Saudi-Arabien gesagt. Jetzt sind Sie in der politischen Verantwortung, das heißt, man muss immer Kompromisse finden. Gibt es so zwei Kompromisse, jetzt mal so ein bisschen privat von Christian Mayer, wo Sie sagen, da knappe ich heute echt noch dran, das hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Kompromiss eingehe. Oder da hadere ich noch mit, mal ganz vorsichtig gesagt, wo Sie sagen, politische Entscheidungen Ihrer Partei. Naja, also ich habe damals als Grüner zwei Sachen falsch gefunden. Das eine waren die Hartz-IV-Reformen, weil ich selber aus dem Haushalt komme, mein Vater war Maurer, war auch mal arbeitslos und so weiter. Und also ich komme aus dem nicht typischen Akademikerhaushalt, gibt es überhaupt nicht. Ich war der Erste, der überhaupt Abitur gemacht hat aus meiner, sag ich mal, Großfamilienverwandtschaft. Und das fand ich damals falsch, Hartz IV und die Reformen damals. Ich habe auch ein paar Teilen dagegen gestimmt mit 20, 30 anderen Leuten, weil ich das für einen falschen Weg hielt, weil wir immer auch auf soziale Gerechtigkeit setzen sollten. Und ich habe dann damals die Kriegseinsätze in Kosovo und in Afghanistan falsch gefunden. Und auch Afghanistan hat mir gemerkt, dass das am Ende auch, wie es jetzt herausgekommen ist, schwierig war. Ja, also aber da habe ich auch damals gehandert, weil das hielt ich nicht für einen richtigen Einsatz, dass das da gewünscht war von der Bevölkerung oder so, sondern es ist etwas anderes als in der Ukraine, wo ich ziemlich im Reinen da bin, dass das ein richtiger, ich will nicht sagen richtiger Krieg ist, aber es ist eine richtige Verteidigung für etwas, wenn sowas wie Irakkrieg, Kosovokrieg, Afghanistankrieg aus meiner Sicht falsch waren und eher andere Interessen, weil da waren eben auch amerikanische imperiale Interessen. Da hätten wir verbunden, damals beim Irak mit Öl und eben Afghanistan auch andere Interessen. Das waren so die beiden Entscheidungen bei Fragen sozialer Gerechtigkeit und so, mit denen ich hadere. Einmal die Glaskugel. Wenn es die nächsten Landtagswahlen gibt, wie wird das dann aussehen? In welchem werden Sie noch Minister sein? Sie wünschen das natürlich, klar. Wenn ja, wenn man wechselt, welches Ministerium hätten Sie dann gerne? Und glauben Sie, dass sich Rot-Grün... Also ich bin da als Klima- und Energie- und Umweltminister sehr mit zufrieden, weil das, glaube ich, auch eine Aufgabe ist, die ja noch... Wir wollen zwar 2040 klimaneutral sein, das dauert ja noch ein paar Wahlperioden. Also man wird da viel, viel zu tun haben und das ist schon so mein Herzensthema, auch von meiner Jugend her. Ich komme aus den Umweltbewegungen, da sich weiter einzusetzen. Und ich kämpfe dafür starke Grün. Ich glaube, wir haben... Rot-Grün in Niedersachsen wird ein bisschen unterschätzt, aber wir sind wirklich eine sehr stabile, eine sehr geräuschlose, eine sehr gut harmonierende Regierung, auch zwischen SPD und Grünen. Wir haben ja keinen Streit wie in Berlin. Wir machen Klimagesetze einvernehmlich und erneuerbaren Energien ausbauen. Ich glaube, dass sich das auch bei der Landtagswahl, die ja ein bisschen noch hin ist, wir haben ja noch nicht mal Halbzeit, dass wir auch sehen, dass die Menschen auch sehen werden, dass wir in Niedersachsen eine Regierung haben, die sozial gerecht, ökologisch, nachhaltig und auch ein Stück weit bodenständig, bürgerlich. Ich komme aus dem ländlichen Raum, viele andere Ministerinnen, meine Agrarministerkollegen kommt aus dem Wendland, wohnt im Wendland im kleinen Dorf. Holzminden ist so ihre Homebase. Holzminden bin ich geboren, das ist ganz andern der Weser, aber Ostfriesland ist eben auch eine ähnliche Region mit einem ganz anderen Schnack. Aber ich liebe auch eigentlich diese ländlichen Räume. Ich bin nicht so der unbedingt der große Städter. Da hat es mich auch nie so richtig hingezogen, weil hier sind, gerade in Ostfriesland und bei mir auch in Holzminden, wo auch, da sind die Leute direkt. Und nicht so, in Großstädten sind sie manchmal zu am Rumkumpeln. In Bayern, glaube ich, oder Baden-Württemberg sind sie ein bisschen zu hochnäsig, wenn da irgendwelche Fremden kommen vom Norden. Und hier wird man eigentlich ziemlich schnell direkt angenommen. Und das, finde ich, ist auch eine Stärke da irgendwie. Also dieses Sturmfest und Erdverwachsen, das, finde ich, ist ein geiles Motto. Aber auch immer gleichzeitig weltoffen und neu zu sein. Weil wir haben nicht lange gefragt, ob wir die Windräder aufstellen. Wir standen hier offenbar. Und offenbar ist Ostfriesland die Region mit den meisten. Also man geht dann immer mit der Zeit, wenn der Wind sich dreht, bauen wir halt das eben. Und wir machen dann auch unsere Küste höher. Aber uns braucht auch keiner vormachen, uns irgendwie solche Sachen erzählen, dass wir bei uns irgendwie, dass es keinen Klimawandel gäbe oder dass wir irgendwie jetzt in irgendwas Extremes abdriften müssen. Und das motiviert einen weiterhin, jeden Tag zu schnacken, aber vor allem auch viel mehr ins Umsetzen und ins Machen zu kommen. Statt jetzt ständig wie andere Minister auf Marketing zu setzen, also in Bayern oder so. Super. Wir haben die halbe Stunde voll. Das war ein Glas mit Glas. Christian Meier war heute bei uns, der Umweltminister des Landes Niedersachsen. Danke, dass Sie da waren. Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Alle Folgen und weitere Informationen unter oz-online.de, ga-online.de oder borkoma-zeitung.de Untertitelung des ZDF, 2020